Hallo, ich bin der René von ANGELS, hier ist der Max und wir sind bei AGF Radio. Willkommen! Ja, auch einen wunderschönen guten Tag von mir. Ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Neue Wandfarbe, neues Regal. Musste mal sein. Dieser Raum wird ja nicht nur als News-Drehraum verwendet, sondern auch noch als Küche. Und wir haben jede Menge Themen, deswegen wollen wir auch gleich loslegen. Fangen wir an mit Freiwild. Die haben im Laufe dieser Woche einen neuen Song rausgebracht, beziehungsweise den bei YouTube veröffentlicht. Mit dazu gab es ein Lyrics-Video, der wurde relativ schnell geschrieben, produziert und veröffentlicht. Und runtergeladen muss er erst gar nicht werden, weil es gibt ihn ab nächster Woche umsonst. Beerdigung, die bringen hier ein neues Album raus, das wissen wir. Schon länger, Videodreh ist ja auch in Arbeit. Und alle Songs werden gerade nach und nach, naja, ich weiß nicht, ob man das so angeteasert nennen kann. Auf jeden Fall wird die Setlist veröffentlicht und jedes Mal, jeden Tag kommt ein Neues und jeden Tag kommt auch eine Textzeile dazu. Auf der Facebook-Seite, ich habe sie euch unten mal verlinkt. 2016 irgendwie das Jahr der neuen Alben. Auch ohrentot arbeiten an einem neuen Album, so verrät es auch das Titelbild der Jungs. Und deswegen wird es dieses Jahr auch ein paar Konzerte weniger werden. Aber die Jungs statten Hausbesuche ab. Das heißt, wenn ihr Partykeller, Partyräume, Garagen, was auch immer habt, in denen die Jungs spielen können, dann könnt ihr den schreiben, euch mit denen in Verbindung setzen. Alle genaueren Informationen stehen unten in der Infobox, beziehungsweise auf der Facebook-Seite von ohrentot. Und das erste Konzert lief auch schon an Silvester in einer Garage, beziehungsweise irgendwas mit Werkzeug, wenn ich das richtig gesehen habe. Seht ihr hier auf jeden Fall mal eingeblendet. Und alle Infos unten, wie schon gesagt. Jede Menge los, auch bei Feuernacht. Ja, zur einen Seite gibt es jetzt einen Supporters-Club. Alle Informationen dazu auf der Homepage von diesem Supporters-Club. Der wurde jetzt gegründet und das heißt, ab jetzt kann man da Mitglied sein. Und es gibt Anlass zu feiern. Feuernacht werden nämlich dieses Jahr schon zehn Jahre alt. Ja, viele Jubiläen dieses Jahr. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es ein neues Album. Das wird gerade aufgenommen. Soll im Mai erscheinen. Zwei Gastsänger sind mit am Start und eine Tour soll es danach auch geben. Also viel los im Hause der Südtiroler. Die Krawallbrüder bringen ja jetzt auch ihre neue CD raus. Und auch dazu gibt es nochmal Neuigkeiten. Einmal ist heute der Videodreh, also am 10.01. Dafür hatte man sich als Statist melden können. Das ist leider zu kurz gekommen, um es in die letzte Nachrichten zu bringen. Und heute bringt es natürlich auch nichts mehr, weil er läuft ja gerade oder ist schon fertig. Dennoch heißt das natürlich, wir dürfen uns auf ein neues Video freuen. Das wird in der Nähe vom Saarland aufgenommen. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr Deutschland. Und darüber hinaus könnt ihr die Setlist mitbestimmen von der kommenden Tour. Wie das geht, das steht unten. Da gibt es nämlich einen Link zu und da könnt ihr abstimmen. Die Band hat euch da ein paar Songs zur Verfügung gestellt und dann dürft ihr euch welche aussuchen. Und dann werden die hoffentlich vielleicht bald auch gespielt auf der Tour. Neues Video von den Headlines. Zu dem Song Razorblades ist jetzt ein Video rausgekommen. Das läuft neben mir ab und ist unten verlinkt. So. Noch was Neues gibt es von Gotchifond und Kalapi. Die haben nämlich jeweils eine neue Homepage. Die ist für euch unten verlinkt. Ihr könnt ja mal gerne vorbeischauen. Hangar X, die haben am Freitag ihr neues Album Hangar X herausgebracht. Und dazu gab es nochmal ein neues Video zu dem Song. Ich denke zurück. Darüber hinaus gibt es einen neuen Merch, der jetzt bei den Jungs aus Österreich erhältlich ist. Und auch bei mir vorsehen gibt es einen neuen Merch. Einen schönen Oldschool-Zipper gibt es da jetzt. Und beim letzten Konzert wurden schon neue Songs gespielt. Das heißt, auch hier gibt es womöglich bald was Neues. Was Neues vom Foodrock Ebersberg. Für die, die es nicht wissen, Ebersberg ist ein Vorort-Nachbarstadt Viromau von München. Also es liegt hier ungefähr 20 Kilometer entfernt. Da findet dieses Foodrock statt. Das ist irgendwie so eine Mischung aus diesen Foodtrucks und Essen und Musik. Und da wurde jetzt der Headliner bestätigt. Und zwar sind das Ohrenfeind. Einen Trailer dazu gibt es auch. Der läuft neben mir ab. Beziehungsweise ist er unten verlinkt. Eine Festivalbestätigung haben wir dieses Mal. Und zwar für das Ehrlich-und-Laut-Festival. Da wurden jetzt die Krawallbrüder und Pöbel und Gesocks bestätigt. Und damit wären wir auch schon bei den Terminen angekommen. Das, was letzte Woche ein bisschen zu wenig war, gibt es dieses Mal voll aufs Fressbrett. Oder wie auch immer man dazu schön sagen soll. Die Gottsche Front ist auf Tour. Und deswegen gibt es am Mittwoch ein Konzert in Bochum. Darüber hinaus bringen am Mittwoch Neurotalks ihr neues Video raus. Den Termin dazu habe ich euch wie alle anderen auch unten verlinkt. Am Donnerstag sind Gottsche Front dann in Frankfurt am Main und am Freitag in Köln. Am Freitag findet ebenfalls die UNRTASPA CD Release Party Schrägstrich Konzert zusammen mit ENORM in Trockau statt. Am Samstag geht es dann so richtig rund. Das ist die Gottsche Front in Ottweiler. ENORM spielen im B-52 in Brixen in Südtirol. UNRTASPA sind zusammen mit Kerpols, Delirium, Berserker und 28 auf dem Pogo Festival in Oberhausen. Und das Rock im Tal findet statt mit Vollblut und einem Videodreh. Also falls ihr schon immer mal bei einem Musikvideo dabei sein wolltet und Vollblut sehr gerne mögt, dann fahrt ihr zum Rock im Tal und habt dort die Möglichkeit Vollblut zu sehen und in einem Musikvideo aufzutauchen. Und damit... Wären wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr fühlt euch ausreichend informiert. Falls ja, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Falls nein, schreibt uns in die Kommentare, warum nicht. Ansonsten empfehlen uns gerne weiter, falls es euch gefallen hat. Habt jetzt noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns am Dienstag und sehen uns spätestens nächsten Sonntag. Macht's gut, bis dahin. Euer Sorbazi. Euer Sorbazi. Euer Sorbazi. Euer Sorbazi. Euer Sorbazi.